Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 auf meinem Kanal Webster Project. Wir knüpfen heute nahtlos an die vergangene Folge an und bauen an der Stadt Erfurt weiter, immer noch in der Nähe Bahnhof. Das Ganze teilt sich heute so in zwei Abschnitte ein. Der erste Bauabschnitt, den wir jetzt hier schon sehen, wird beendet mit zwei Straßenbahnmitfahrten durch die Unterführung am Hauptbahnhof in Erfurt. Aus der Perspektive kann man schon schön auch den Vorplatz erkennen und auch so ein bisschen das Drumherum, wie sich die Stadt so langsam entwickelt hat. Im Anschluss gibt es dann ein wenig Gleisbau und zwar bauen wir uns Richtung Osten, also Richtung Weimar weiter. Dort geht es dann hauptsächlich um die ICE-Trasse, also um diese Schnellfahrstrecke. Da habe ich mal diese Schattenbahnhofsmot verwendet. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätte ich das gar nicht gebraucht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und habe dann auch schon das Ganze in den Linienverkehr mit eingebunden. So sieht es aus. Das wird es heute zu sehen geben. Dazu wünsche ich euch viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut! Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. 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 Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und 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 ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und 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 ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020